Wie hat sich das jetzt schlau gemacht? Sie hat dieses Umgangeln ganz wieder kontextlos und hat gesagt, wir beide haben recht, Paulus war Römer und er war Jude. Es ging aber bei Paulus gar nicht um die Staatsbürgerschaft. Es ging darum, was er vom Glauben her war. Vom Glauben her ist er Jude gewesen, ein Praktizierer, der sogar ein Rabbiner war, der ein Wissen studiert hat. Und es geht nicht darum, ob Paulus, wie viele Staatsbürgerschaften er hatte. Schauen wir mal, wie solche Menschen, die angeblich mit Gott in Kommunikation stehen, wie die alles schön reden. Also ich frage mich dann, welche Art von Gott sie hat denn? Und was sie stimmend sind. Nach meiner Meinung, nach dem was wir wissen, dass es im Islam mehr Geisterwesen gibt, die wir Jean nennen, hat sie wohl einen Jean, der mit ihr redet und der Jean weiß auch nicht sehr viel Bescheid. Da scheint man die Bibel auch nicht zu lesen und gibt ja dann einfach irgendwelche Informationen, was der armen Frau dann durcheinander bringen. Das jetzt so nebenbei. Wir werden also sehen, wenn jetzt wieder Leute diesen Videoclip anschauen im Internet und dann wieder hören, ja Mohammed wird da genannt mit Namen, dann fällt ihnen alles möglich ein. Sie können aber kein Hebräisch. Sie machen sich nicht einmal die Mühe und gehen zu den Hebräischen, zu den israelischen Gelehrten und fragen sie, wie kann es sein, dass da Mohammed vorkommt. Sie machen sich das nicht. Stattdessen suchen sie eigene Lösungen. Sie nehmen den deutschen Text her, nehmen den griechischen Text her, nehmen den Text her oder was auch immer und wollen damit Auslegungen machen. Da brauchen Sie sich nicht wundern, wenn wir schmunzeln, wenn wir lachen. Da haben wir hier auf einem Videoclip ein Feedback bekommen, wo es heißt, wir machen uns über die Bibel lustig. Wir machen uns über Jesus lustig. Wir machen uns über Jesus nicht lustig. Jesus ist ein Prophet, er ist ein angesehener Prophet, Baranus und Panamera. Die Bibel ist für uns in dem Sinne auch heilig, dass es eine offenbarte Schriften sind von Allah. Aber nicht, was wir heute in der Hand halten. Und wir machen uns selbst über dies nicht lustig, was sie in der Hand halten. Wir machen uns lustig, wenn überhaupt, dann über das, was sie an Auslegung machen. Sie legen etwas aus, was sie keine Handhabe haben. Und das ist schon zum Lachen. Wenn sie daherkommen, wenn sie sagen, das ist so und so zu verstehen. Aber wo haben sie ihre Belege, dass das so zu verstehen ist? Wenn wir Muslime das mit dem Koran machen würden, die würden uns auf den Koran und über uns mehr reinschmeißen. Aber wir haben Hand feste Sachen. Und das ist scheinbar ein Ärgernis bei denen. Sie versuchen im Islam rumzubohren, sie finden nichts. Und dann, wenn wir bei der Bibel etwas anprangen, dann fühlen sie sich beleidigt, entsetzt. Lasst uns doch in Ruhe mit uns. Aber sie fordern darauf, sie missionieren ja. Sie wollen, dass wir Christen werden. Und wenn wir hinterfragen, dann fühlen sie sich beleidigt. Lasst uns heute in Ruhe, ist doch unsere Sache. Dürfen wir denn nicht an das und das glauben? Meine Güte, es ging doch gar nicht um das. Ihr kommt doch her, sagt der Islam ist falsch. Ihr kommt doch her, sagt der Koran ist falsch. Ihr kommt doch her und sagt, der Prophet war kein Mohammed, das war kein Prophet. Und wenn wir dann die Bibel unter die Lupe nehmen und das Sonderbare ist, das was ich auch hier nenne, das ist nicht von Muslimen herausgekommen. Nicht Muslimen haben diese Bibelwissenschaft betrieben, sondern es sind die eigenen christlichen Wissenschaftler, die sich mit der Bibel auseinandergesetzt haben. Die festgestellt haben, dass in der Bibel zig Widersprüche drin sind. Dass in der Bibel Sachen entstellt wurden, verfälscht sind. Nicht von den Muslimen kommt es. Und trotzdem greifen sie uns an, als ob wir das gemacht hätten. Wir nehmen doch nur das, was die selber gemacht haben. Und dann kommen sie nachher und sagen, ihre biblischen Wissenschaftler, die sind keine treuen Christen. Sie lehnen uns Christen zu mir. Das ist aber nicht unser Problem. Das ist denen ihr Problem. Sie ziehen sich ja zu christlichen Dank. Sie sind ja keine Muslime. Also sollen sie uns Muslime keinen Vorwurf machen. Also um das nochmal uns in die Ohren gehen zu lassen. In der hebräischen Version heißt es, Sein Mund ist süß. Dieser ist Mohammedim. Dieser ist mein Freund und dieser ist freundlich. Oh ihr Töchter Jerusalem. Wir finden auch bei Davut in seinen Lobliedern, was er auch in Texte verfasst hat, die Psalmen. Da finden wir auch Anspielungen drauf auf Mohammed. Halt nicht jetzt mit Namen genannt, aber wenn wir den Kontext betrachten, dann erkennen wir das. Dann machen wir die andere Stelle im Neuen Testament. Im Johannes Evangelium, wo Mohammed, was nicht mit Namen angekündigt wurde. Also ursprünglich stand es mal drin. Ahmed stand früher mal. Hat wohl Johannes der Verkünder oder vielmehr Jesus hat es verkündet seinen Aposteln. Aus Ahmed wurde einfach was anderes draus. So lesen wir in Kapitel 14, da wo es anfängt, im Johannes Evangelium in Vers 16. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sein Ewigkeit. Die Christen, das Ganze, was jetzt ab hier folgt, beziehen die auf den Heiligen Geist. Hier mit diesem einen Satz stellen wir uns mal die Frage, warum Jesus muss seinen Vater, also Gott, hier bitten und sagen, schick einen Tröster, schick jemand anderes. Der Heilige Geist nach der christlichen Definition, nach der christlichen Erklärung ist ja auch ein Gott. Warum muss er zu Gott gehen und sagen, schick mal den anderen Gott, ich bin jetzt weg. Dieser Kontext hier in diesem Satz ist unlogisch. Dass Jesus sagt zu denen, ich will gehen, aber ich bitte Allah, er schickt euch einen anderen, also schickt euch den Tröster. Warum muss Jesus, der auch ein Gott ist, seinen anderen Gottesbruder, nämlich den Heiligen Geist, warum muss er zu seinem Vater gehen, also zu Gott und muss ihm sagen, bitte, ich bin jetzt weg, schickt einen anderen. Das ergibt mit der Gottheit, mit dem Gottheitssystem keinen Sinn. Wenn wir aber hier als Tröster Prophet lesen, dann ergibt es sowohl ein Sinn. Ich will zu meinem Vater gehen, ich will ihn bitten, er soll ich einen anderen Propheten schicken. Dann passt dieser Text total, gibt es keine Widersprüchlichkeiten und wir können damit etwas anfangen. So heißt es weiter dann in dem Vers 26, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinen Namen, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich zu euch gesagt habe. Also wenn wir diese Passage wieder hernehmen und dann schauen, der Heilige Geist, wo hat er denn zu den Christen gesprochen, dass er redet in Jesus Namen und die Christen aufklärt über Jesus, was er alles gesagt hat. Das Wissen, was die Christen haben, haben sie auch aus den Texten der Bibel. Das wäre eigentlich sehr interessant, man hätte ihnen damals alle Texte wegnehmen müssen und dann gesagt, wartet mal auf den Heiligen Geist, denn er erzählt euch ja alles. So heißt es ja hier. Er wird euch erzählen. Er wird über mich berichten. Aber wo, zu welchem Christ ist er denn gekommen, der Heilige Geist, und hat über Jesus erzählt. Wir haben von keinem Bischof, von keinem Papst, von keinem Konzil, von keinen Überlieferungen, wo jemand sagt, der Heilige Geist hat mir berichtet über Jesus, wie es damals war, als er gekreuzigt wurde. Was er an Kreuz gesagt hat, welche Schmerzen er gehabt hat, welche Empfindungen. Es gibt davon keine Überlieferung. Heute sprechen die Christen von einem Geist, der mit ihnen redet, der Heilige Geist, der Heilige Geist kommt zu mir, offenbart mir, das bringt etwas. Das passt wohl mehr in tausende eine Nacht hinein, wie in irgendwelchen göttlichen Sachen. Aber so wie es hier beschrieben wird, in Vers 26, müsste der Geist, den der Vater schickt, der in Namen von Jesus redet, er müsste sie alles lehren und ihnen erinnern. Aber wo lehrt er, wo er erinnert? Es müssten eigentlich heute Schriften geben, wo die, die wohl seit dieser Evangelien auch aufgeschrieben haben, die wohl seit Briefe verfasst hätten oder andere Sachen, wo sie geschrieben hätte, der Heilige Geist kam zu mir und hat mir das und das gesagt und hat mir gesagt, ich soll jetzt das erzählen, jenes oder welches. Es gibt ja zwar solche Geschichten, wo ein Heiliger Geist, wo einer sagt, ich bin von Heiligem Geist beflügelt, aber gibt uns keine genauen Auskünfte. Was hat mir der Heilige Geist mit ihnen gemacht? Was hat er ihnen denn gesagt? Normalerweise müssten sie das auch den anderen Generationen überliefert haben, so wie sie den Evangelien überliefert haben. Warum finden die aber keine Schriften von irgendwelchen getreuen Christen, die von Heiligem Geist besucht wurden und der Heilige Geist ihnen irgendwas erzählt hat? Dann weiter in Kapitel 15, Vers 26 des Johannes-Evangelium. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, er wird Zeugnis von mir geben. Also der Heilige Geist, wo er von Jesus Zeugnis gibt, ist genau seiner Sache nicht bekannt. Wer Zeugnis gibt von Jesus, ist eigentlich der Koran. Der Koran berichtet über Jesus ausführlich von der Geburt Maria, also dann Jesus wie das Baby sprach und dann wie er auftrat und dann wie er den Unglauben im Volk Israel festgestellt hat. Und Allah ihn errettet hat vor dem Zugriff, wer es auch immer war, ob es die Römer waren, ob es die jüdischen Gelehrten waren, sei dahingestellt. Aber Allah hat ihn gerettet. Ob das ein Kreuztod gewesen sein, hätte sein sollen oder wie auch immer, spielt für uns keine Rolle. Allah hat ihn einfach gerettet vor dem pöbelhaften jüdischen Volk, das mit diesen Propheten wohl nicht zufrieden war. Im Kapitel 16, Vers 7, da können wir jetzt mal Zeugnis sehen, was wohl unter dem Tröster, unter diesem Heiligen Geist eigentlich zu verstehen ist. Aber ich sage euch die Wahrheit, also Jesus spricht hier. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, dann kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun, über die Sünden, über die Gerechtigkeit, über das Gericht.